Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Division und wir sind jetzt endlich mal auf dem Weg zum Auftrag, den wir eigentlich schon in der letzten Folge erledigen wollten. Ja, aber da kam ja was dazwischen. Oha. Ja, da kommen gerade Feinde dazwischen. Da kommen immer Feinde dazwischen. Wollen Deckung gehen? Ich habe auf jeden Fall immer noch nicht... Dann bleibst du mal stehen. Ja, hier. Ich brauche die Deckung, ja. Ich habe immer noch nicht so die geilsten Waffen, ein bisschen was gewechselt jetzt, aber naja, mal gucken, ob es hilft. Ich werfe mal eine Granate rein. Guck mal, da freuen sie sich. Ah, da scheppert doch schön hier. Musik in meinen Ohren. Au, da hat er eine Granate geworfen, der kleine Pisser. Au. Alle kaputt. Schön, ich auch was. Ja, manchmal. Ey. Du bist gerade verbluten. Ja, okay. Ich komme mal rum. Oh Gott, einmal mit Profis, ey. Weißt du, bei der ersten Gegnergruppe schon draufgegangen. Ja, 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 ja. Läuft überhaupt nicht mit dir. Haha, läuft total. Scheiße. Gar nichts läuft hier. Naja, ich muss noch kurz aufheben. Passiert jetzt hier irgendwas? Oben? Das leuchtet. Oben? Wir müssen nach oben. Hast du schon den Weg hochgefunden? Oh, hier. Ja, da geht es aber nicht hoch. Oder kriegen wir das auf? Wann du mal kurz? Nee. Da ist bestimmt noch irgendwo wer. Weißen soll ich denn da doch? Da renntet noch jemand. Ein Scharfschütze, Vorsicht. Wo? Über dir direkt. Hm. Noch sehe ich nichts. Ah, da. Oh, mein Gott. Ah, ja, okay. Kaputt. Dann kommen wir vielleicht jetzt hoch. Oh, oh. Die Musik. Das Dach erreichen. Ja, jetzt können wir hier auch die Tür aufmachen. Oh, Mann. So, auf geht's. Rennen wir mal hoch. Bin gespannt, was uns da unten... Äh, da unten, sag ich schon. Da oben erwartet. Nimm mal hier Munition mit. Was ist Munition? Hab ich voll übersehen. Ach, geil. Ah, nee, ich bin voll, siehste. Weiß Bescheid. Ja. Nee. Das heißt, du hast die ganze Zeit nicht gefeuert, oder was? Faules Stück. Nee, ich hab schon, aber... Na ja, sagst du. Wo denn? Weiß noch nicht. Beweise. Da oben müssen wir hin. Oh, oh. Da kommt Freunde. Ach, Gott. Alter. Na ja, keinen getroffen. Einen. Ach, scheiße. Das ist doch hier schon wieder totaler Bullshit. Lass mich in Ruhe. Alter. Ich fühl mich ja nicht sicher. Gar nicht. Schaden mach ich auch nicht. Dann machst du überhaupt nichts. Herr, irgendwie... Weiß auch nicht. Okay, den hast du schon erledigt. Tot. Du mit deiner geilen Knarre. Ja, ich finde ich schon cool. Also ich muss mal demnächst schauen, ob ich irgendwas Sinnvolles zusammenbauen kann. Ich hab schon so viele Waffenteile. Ja, wie beim Scharfschützengewehr ist bei mir vorher so gewesen. Ich hab, äh, ja, ein großes Magazin gehabt. Also irgendwie 29 Schuss oder sowas war natürlich nicht so gut. Äh, und jetzt hab ich nur ein 7 Schuss Magazin. Ja, aber dafür machst du richtig Schaden. Ja, aber dafür machst du richtig Schaden. Aber dafür auch, äh, den 5-fach einen Schaden. Achso, wir sind ja an einem Checkpoint. Da drüben sind sie. Au, was ist denn hier los? Sie treffen mich immer kritisch. Ist ja echt bitter. Ach, die guten Granatenwerfer hier. Wieso? Ach, das ist ein Gelber. Ja, der hat mich erwischt. Die alte Nase. Leute, Leute. Das hat er den Scharfschützengewehrschern erwischt. Vorsicht. Hm, wieder eine Granate. Warte mal, vielleicht steh ich hier auch. Nee, da seh ich gar nix. Vorsicht. Äh, immer den Scharfschützen kalt machen. Ja. Das sehen wir auch nicht. Der ist hinter einer Wand. Ja. Okay, läuft. Naja, da ist fast gut. Ja, ich hab jetzt, äh, ein Präzisionsgewehr, was 4000 Schaden macht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Besser als das, was ich vorher hatte. Leg mich mal kurz. Das helft ihr nicht, Lange. So, Scharfschütze ist kaputt. So, was macht er hier? Kommt der drühe oder was? So, guck mal. Ach, jetzt hast du genau, genau vor mir gelegt. Super. Tja, da hat er jetzt verkackt, würde ich sagen. Im richtigen Moment erwischt. Ach, daneben. 30,000 Schaden. 30,000 Schaden. Gib mich so an. Was ist denn er denn irgendwie? Springt hoch, springt runter. Auf jeden Fall ist er tot. Jupp. Läuft. Okay, gehen wir mal rüber. Hier ist eine Kiste oder sowas. Ah, hier. Eine gute Kiste? Eine gute Kiste. Von daher. Mal schauen. Mindestens zum Auseinandernehmen. Das ist ja gut. War die jetzt oben auf dem Dach oder was? Nee, unten direkt. Und? Ach, da. Ich muss auf die Karte gucken. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Irgendeine Jagdversion. Wird. Warten. Die Rikers ausschalten. Besuch. Ah, ich höre sie. Da drüben. Oh Mann. Ach, die sind alle so schnell für meine Granate. Hey, bleib stehen. Da muss ich gar nicht verstecken. Ich kriege dich trotzdem. Der stirbt. An seiner eigenen. Doch noch nicht ganz tot. Da kann man ja die Granate proben. Jetzt. So, da hinten hofft noch einer. Ja. Ja, doch. Okay, das Präzisionsgewehr ist echt in Ordnung. Macht wie viel Schaden? Ja, 4000. Aber es ist besser als nichts. Es ist halt ein grünes. Aber das, was ich vorher hatte. Oh, da kommen. Ach du Scheiße. Hier bin ich nicht sicher. Uh, ich muss weg. Die bringen Freunde mit. Lila, machen wir erstmal einen rechten, den Lila. Aua. Kannst du mal eine Heidung auf den Boden werfen? Ja, keine Ahnung. Liegt. Was, er ist den Lila? Ja, der ist hinten. Ja, ich sehe ihn schon. Oh. Oh. Ach, komm. Ja, ich muss jetzt mal hier unten bleiben. Ich kriege gerade nichts für Schaden. Der trifft ja doch irgendwie echt sofort. Oh, nee. Granate. Geh weg. Ach, krass, Mann, ey. Die treffen sofort. Oh, Mist. Der steht ja beschissen in einem Pfeiler. So richtig beschissen. Du kannst ein bisschen zurückgehen, so wie ich gerade stehe. Da trifft der Gelbe nicht. Hier kann man den Laptop benutzen? Ja, nein, 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 nein. Nein, 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 okay. Ach, du hast den Lila dann schon fertig gemacht. Ja. Wie gesagt, du kannst, wenn er von unten schießt, kannst du direkt ein Stück zurückgehen. Ja. Ja, ich stehe da hier unten, ein bisschen ungünstig. So, ich werfe nochmal so ein heiliges Ding. Kommt der wirklich hoch? Ja, er ist gerade wieder weggerannt. Der hockt ja in der Hecke. Ja, ich sehe ihn. Komm raus, Penner. Jetzt hat er wieder eine Granate geworfen vor sich. Stehst du da drin? Das wäre doch, komm. Alter, hör doch mal auf hier. Ja, komm. Stimmt, wir sind so ein Loser hier im Tenner. Das Schild ist weg. Ich habe gerade Schmerzen. Soll ich dich aufheben? Nee, du liegst ja noch nicht. Na, komm. Komm hoch. Ach, lad auf deine scheiß Waffen nach, Mann. So, haben wir. Aua. Brauchst du Heilung? Ja, wenn du hast, dann nehme ich. Boah. Laptop immer noch nicht. Gehen wir noch ein bisschen nach vorne, oder? Ich weiß nicht, ich komme mit dem Nutzen einfach mal. Ja, mach mal. Okay. Okay, was ist da los? Sieht aus wie ein Schüsseltest auf Signalstärke. Einer dieser Techies muss Ahnung gehabt haben. Sieht aus wie der Versuch einer Triangulation. Zu viel des Guten, aber nichts gegen hohe Ansprüche. Eine Triangulation? Das ist eine Triangulation? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen hier runter. Ja, das sind Zivilisten. Wir haben noch mehr Uniformen in unserem Revier. Wir sind in der Kiste. Ich kriege die nicht auf. Warum? Alle, die das hören, alle, die die Leuchtfackeln sehen, auf die Dächter. Was geht los? Ne, mach doch mal hier. Benutzt mal ein Seil. Ja, habe ich schon gemacht, aber... Nein, wenn die Kiste aufmachen willst, benutzt man das Seil. Ach so. Ja, irgendwie ist es verbuggt. Super. Das ist eine, es geht von der anderen Seite. Das ist leider verbuggt. Tja, dann müssen wir jetzt hier runter. Ist ja schade mit der Munitionskiste. Ja, warte mal. Hätte man aber theoretisch... Warte mal. Nee, geht immer noch nicht. Schade. Ich stehe hier unten und warte auf dich. Oh ja. Das ist natürlich blöd. Was ist hier los? Hier explodiert ihr was. Da war wieder mal eine Miene. Geht's gar nicht lang. Nach oben halt. Feinde im Anmarsch. Feinde im Anmarsch. Da vorne. Da ist er schon. Scheiße. Scheiße. Wie habe ich das dann gemacht? Ich bin hier auch runtergefallen. Ganz außerhalb da. Scheiße, dann habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ich komme hier gerade nicht mehr weg. Rende. Ja, super. Ich wurde gerade weggeblieben, weil ich an der Stelle gelandet bin, wo man nicht hin... Ja, das ist super. Also, wo man nicht mehr rauskommt. Ja, läuft. Ich hoffe, du kommst irgendwo wieder an, wo du nicht so weit weg musst. Auf dem Dach oben. Scheiße, das ist echt kacke hier. Ach, komm. Aua, aua. Er, komm. Kommt's jetzt hier rum? Kommt der hier rum? Wo ist er? Da ist er, Alter. Nein, der ist doch nicht wahr. Ich möchte ihn vernachladen. Oh, ich baller ein bisschen von oben, vom Dach runter. Ja, so, der ist wenigstens kaputt. Da oben ist Mr. Granate. Er wirft den Granaten hier hoch, der Idiot. Ich weiß auch noch nicht, wie er das... Oh, scheiße, der ist ja gelb. Ach, fuck. Ich komme mal wieder hoch. Ja, der schießt eh gerade auf mich. Kommt so besser. Ich hoffe, ich komme ja auch wieder hoch. Wahrscheinlich trifft er mich hier gleich. Granate fliegt. Granate fliegt? Großartig. Klingt nach Spaß. Ich kann leider gerade noch nie so einen Boden werfen. Naja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Schön. Na, jetzt. Was der kann, kann ich auch. Na, komm. Schill ist gleich weg. Ich bin zweimal für 32.000 getroffen. So, cool. So, Granate. Ja, wie macht der das denn da mal? Ich weiß auch noch nicht. Der war immer sehr sicher wahrscheinlich hier im Weidwurf. Und noch eine. Ach, dem geht's ja nicht ganz gut hier. So, er ist aber gleich hin. Ja, komm. Scheiße, der ist weg. So, der ist weg. Okay, dann komm wieder runter. Nein, da ist noch irgendwer. Irgendwer schießt noch. Von irgendwo. Gerade zu. Hier hat jemand wieder was geworfen. Vorsicht. Alter. Von wo? Oh, noch eine. Ja. Aber von wo? Von unten, der Typ. Ist der da noch so ein Pisser? Da unten. Okay, komm. Wenn hier links, links da vorne die Kiste, die du siehst, die Schneebedeckte, da bin ich von links runtergefallen. Über den Zaun. Okay. Merkwürdig. Ich bin hier hoch quasi und wollte... Warte, 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 ich kann noch nicht gucken. Ach, nicht hoch. Geh runter, Mann. So, ja, du wolltest da... Ja, hier hoch und da bin ich direkt links über den Zaun gefallen. Und da konnte ich mich nicht mehr bewegen und da hat er mich wegteleportiert. Spannende Sache. Okay, wir gehen mal weiter. Ich würde denken, hier hoch. Mhm. Hast du Spaß mit meinen Jungs? Und es kommen noch mehr. Oh mein Gott. Hm, Schatz. Okay, sehr gut. Na, komm. Ach, nachladen, ey. Ich brauche auf jeden Fall wieder mal was, was schneller nachlädt. Hast du was zum Heilen? Auf dem Boden? Jetzt. Da kommen gleich noch mehr, nehme ich mal an. Dann warten wir kurz. Oder auch nicht. Ja, mach dich erstmal heile. Ich gehe mal kurz gucken. Das ist ein Medikid. Sehr schön. Ich denke, wenn wir hier hochgehen, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie wieder ein bisschen Deckung. Ja, ja. Komm. Noch ist nichts zu sehen. Oh, hier ist wieder eine Mine, die explodiert. Da ist eine Kiste. Da ist ein Medikid hier drüben. Also hier habe ich eine grüne Kiste. Kannst du dir auch noch holen. So, erste Hilfeset. Hast du die Kiste? Äh, wo denn? Kannst du das mitkommen? Hier? Ah, hier. Mach mal die Tür auf. Wahrscheinlich, ach, da explodiert gleich wieder was. So. Bevor da jemand reintritt. Wie zum Beispiel? Ja. Ist ja eine geile Zeichnung hier an der Wand. Guck dir das mal an. Ja. Ist ja krass. Gegner voraus. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Nein, wir zeigen keine Gnade. Frisch Staub. Ach man ey, heute sind wir überhaupt nicht zielsicher. Ist ja mal eine Scheißgegend hier. Aber wirklich. Ich kann von mir aus nichts, ich sehe nichts von meiner Position aus. Schlecht. Ich sehe aber gerade auch nichts. Wir sind ein bisschen weiter nach vorne. Wechsbedrohung gefunden. Links. Ach du Kacke. Oh, ich muss mich kurz fertig heilen. Ja, mach mal. Das wird so sonst nichts. Nu los. Jo. Okay. Au, au, au. Okay, angeschlagen. Einer ist down. Der Zweite ist auch down. Oh, ich auch fast. Alter. Drei. Ist ja aufregend hier. Da kommt einer zu uns. Kommt der. Da hinten. Schön. Ach komm. Nein. Verdammt. Ich kann auf uns rum. Das war unvorsichtig. Komm zurück. Ja, ich wollte mir die Kipp werfen. Da ist er. Ja, Headshot. Oh, er ist schwer verletzt. Nein, er ist tot, du Horrorstein. Ja, nah dran. Ist ähnlich. Ja, da ist der nächste. Vorsicht, angekündigt. Ja. Geht doch. Drei Kopfschmerzer. Äh, da hinten ist einer. Warte mal. Ich glaube, das ist ein eigener Agenten. Vorsicht. Keine Neustartzone. Hast du den Laptop bedient? Ich hab gar nichts gemacht. Da steht nämlich noch da rum. Das hab ich eigentlich gesehen. Da stand der. Ich kann auch jetzt gucken. Die Runde ist auf jeden Fall Loot. Ich bediene den mal kurz. Hol mich der Teufel schon wieder. Text, die im Winter auf einem New Yorker Dach einen richtigen Signaltest durchführen. In der Apokalypse. Tja, Husserb. Machen Sie weiter. Der Mast sieht ziemlich gut aus. Auch Munition. Irgendwo ist hier eine Kiste. Siehst du das? Eine Kiste. Hier ist doch irgendwo, irgendwo Loot hier vorne. Warte mal kurz. Hier, wo ist Loot? Aber nach hier hinten. Ah, ich brenne. Ach komm. Jawohl. Ist doch nicht wahr. So, dann fragen wir mal den Ingenieur. Schön durch dieses Mini-Feuer durchgelatscht. Ehrlich. Oh, danke. Vielen Dank. Wirklich. Ja, dein Kumpel ist naja tot. Jo, würde ich mal sagen, dass die tot sind. Direkt mal nachladen. So, weiter. Moment. Bleibt doch mal ruhig. Hallo, hört mich jemand? Hier ist John Rhys. Ach scheiße, was mache ich hier? Ich, wir müssen hier raus. Wir müssen weg... Rhys, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kur, um sie klarzumachen. Verstanden? Ja, verstanden. Aber das sind Monster, die töten uns... John, John, atmen Sie tief durch und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Genau. Pack dich an den Eiern. Los. So sieht's aus. Mach hinne hier. So, ich hab noch zwei Mini-Kids, das ist nicht viel. Er hat irgendwas gemacht. Mini-Kids, wo hast du die gefunden? Nee, ich hab keins gefunden, ich hab nur noch zwei. Ach so, lass mich. Ich hab drei. Kein Problem. Was krieg ich hin? Wir müssen ihn beschützen. Mhm. Bin gespannt, ob hier wirklich noch wer kommt. Ja, natürlich. Hallo. Ich hab schon so viel umgelegt. Es ist keine Neustartzone. War aber klar. Von? Von hinten, hinten, hinten. Ach du, scheiße. Scheiße. Die werfen genau auf ihn diese Kackgranate. Ach komm, ey. Ehrlich. Na, wir sind hier richtig sicher. Ach scheiße. Und zwei Lieder und ein gelber. Ja, Leute. Leute, Leute, ich hab einen Arm da an. Ach scheiße. Granate. Und der kommt hoch. Fuck, der kommt hoch. Der ist oben. Pack Schild aus. Scheiße. Nein. Zu spät. Ich bin gespannt, ob du den kaputt kriegst. Der nächste kommt schon. Fuck. Ich glaub, das wird nix. Ja, du musst mal auf den schießen mit. Ich kann, ach so, na ja. Ich kann ja nicht. Ach so, du bist tot. Ich warte ja nicht, dass du mich hier aufhebst. Ich hab ein Schild in der Hand. Granate. Ja, musst du mal einen Ton sagen. Na, ich dachte, das hast du gesehen. Nee, hab ich nicht gesehen. Ich hab ein Schild in der Hand gehabt. Ach, hat das gereicht? Na, ich bin gleich wieder am Arsch. Hä, was ist denn jetzt hier los? Ja, Rhodes ist tot, wahrscheinlich. Äh, nimm dich Rhodes. Wer ist er denn? Ja, der JTF-Mensch. Der John. Robert? Ach, keine Ahnung. Ja, Mensch. Okay, nochmal. Ist vielleicht nicht so einfach hier. Du musst mal einen Ton sagen. Ja, ich bin nicht gesehen. Sonst erkennst du doch auch mal, dass ich tot bin. Warum stirbst du eigentlich immer? Weil ich es kann. Ach so, wir müssen ihn ja noch befreien. Ja, das heißt, wir dürfen uns jetzt gelaber anhören. Oh. Das kann man leider nicht überspringen. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, von welcher Seite es kommen. Ja. Ja, die anderen sind tot. Ah, mach hinne. Ja, ist echt ein bisschen blöd, dass man das nicht überspringen kann. Mach hinne. Mann. John heißt er. Der Johnny-Boy. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kur, um sie klarzumachen. Verstanden? Ja, verstanden. Aber das sind Monster, die töten uns. John. John. Atmen Sie tief durch. Und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Okay. 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 So, sagt man, Granate klar machen hier vorne. Komm mal hoch. Jo, 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 jo. Die kamen ja von dort. Von dort? Ja. Da kamen die raus, irgendwo. Nee, von hier hin. Nein. Echt? Okay. Okay. Das ist einfach. Kein Problem. Das krieg ich. Stimmt. Doch, der ist ja hierhin gerannt. Oh, Mann. Warnung. Feinde im Anmasch. Oh, geil. Und Kramp hat reingeworfen. Huch, falsche Taste hier, natürlich. Oh, der erste Lilan ist schon down. Das war hervorragend. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich gerade eine Granate auswählen. Jetzt liege ich hier gleich wieder am Dreck. Aua. Ich muss meine Tastenbelegung unbedingt ändern. Das ist ja echt ein bisschen anstrengend. Das ist immer nicht falsch. Das ist das. Ach komm, lad nach, Mann. Ja, aber siehst du mal, dadurch, dass sie gebrannt haben, ist der erste Lilan hat gleich down. Du hast ihn gut getroffen und gebrannt hat auch noch gleichzeitig. Und Schmerzen? Ja, Dietrich. Hinter dir, hinter dir, hinter dir? Ich bin schon, ich versuch's halt. Liegt. Aua, ich hab Schmerzen. Der kommt hoch. Ich kann leider noch nicht heilen. Nimm irgendwie. Hast du ein Medikind? Ja, eins hab ich noch. Das Problem ist, ich brauch's wahrscheinlich gleich. Ich kann noch nicht. Diese Kündchen. Oh, Granate weg. Oh mein Gott. Ich seh gar nichts mehr. Überlebt? Ja, ja. War nur ne Brenngranate. Ich werfe ne Splittergranate. Ich bin zu heilen. Ja, ich, warte mal. Ich wollte gerade ne Granate werfen. Uh, daneben. Shit. So, Heilung liegt. Vorsicht, er kommt hoch. Oh, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich pack's Schild raus. Feuer frei. Ja, geht grad nicht. Ich bin fast tot. Ich lieg noch nicht, aber... Warte. Nee, ich lieg. Scheiße. Ich guck mal, dass ich mich irgendwie an dem Ding selber... Nee, ich kann ja grad nicht weg. Ich muss mich grad wieder... Ah, fucking shit, ey. So, du kannst dich doch wieder wiederbeleben. Ja, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Achso, nee, jetzt geht's auch wirklich nicht mehr. Warte, krabbel mal weiter. Okay, danke. Bitte. Er ist gleich down, der Typ. Ich werde mal... Aber den ist auch gleich down. Ich werde eine Granate werfen, wenn der hier irgendwie mal... Wo steht er denn? Okay. Gut voran, aber wenn sie verhindern können, dass ich erschossen werde, fände ich das echt super von Ihnen. Ja, knapp. Ja, das war jetzt grad echt ein bisschen fähig. Oh, da kommt noch mehr Gegner von hinten. Ach, du Scheiße. Ach, hier war ein Erste-Hilfe-Kit und ich weiß nicht, ob das für dich auch noch gilt. Keine Ahnung, ach, du Scheiße. Guck mal her. Ja, ich werfe mir das Medikitte her, dass der mit geheilt wird. Ich hoffe, dass der mit geheilt wird. Ich weiß gar nicht. Scheiße. Das wird leicht. Was ist das? Mann, ey, die treffen so gut, dass es echt pervers. Oh. Scheiße. Ah, ey, das ist doch bitter. Von wo? Da drüben, in lila, alles klar. Ja, hab ich doch was gesagt. Ja, der Pisser. Scheiße, wir müssen erst mal den hier... Nein, kacke. Daneben geworfen. Ach, das ist doch kacke hier. Nein. Naja, wenn du mal Zeit hast. Ich hab keine Zeit. Äh. Wir müssen doch schon noch ein bisschen anders machen hier gerade. Ja, ein bisschen. Ja, nicht sterben. Ja. Du lachst. Ja. Das ist nicht witzig. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß nochmal anhören. Ja. Das ist doch auch ein bisschen, ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.